Siemzeit! Hallo! Hallo! Damit man genug Wasser für die Bootfahrt hat. Das ist nicht so schwierig. Nein, nicht so für das Boot zum Schwimmen. Lichter anmarken, damit Sie noch rauskommen von dem Versteckter. Das ist fein. Sehr einstehender Vater. Das ist eine Welt. Das ist eine Welt. Wirklich. Und was schön ist. Guck mal meine Video. Diese Fahrt. Und wieder zurück, natürlich. Da vorne ist Andreas im ersten Boot. Und wir sind als zweiter gleich. Ein paar Meter, da hinten. Und wir sind als zweiter gleich. Dahinter. Hier. 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 ich 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 Das ist dieh, 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 dieh. Man, wer hat so dekoriert? Man, die Bledermäuse, die haben keine Augen. Das sind Bledermäuse. All diese Wasserstraße hat Andres geplant. Hast du geplant? Wirklich eine sehr schöne Grote. Hallo. Wo fahrt ihr hin? Das gibt kein Bier mehr. Der Laden hinten ist zu. Gibt kein Bier. Der Laden ist zu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020